Hat er sich verlaufen oder was Interessanteres gefunden? Seid ihr blöd? Was Interessanteres als uns gibt's doch gar nicht. Hey, was guckt ihr denn da alle so? Das Graue, nein, ich denke, ich versteck mich. Jetzt reiß dich mal zusammen, du bist ja oberpeinlich. Diese Dinger sind doch gar nicht lebendig. Nicht lebendig? Unser Klassiker beweist das Gegenteil. Ich hab dir doch gesagt, dass sie hübsch ist, Mama, nicht wahr? Natürlich, Tassilo, so, das reicht. Jetzt schön langsam nichts verschütten. Danke. Wie heißt die Teekanne in Die Schöne und das Biest? Schreib es gerne in die Kommentare. Die Schöne und die Schöne und die Schöne und die mit